Recht herzlich willkommen. Neinborn wieder am Start für euch mit einem weiteren Video zu die Söldner. Wir widmen uns heute wieder der Aufgabe, das Lichtschwert freizuschalten. Wir gehen ein zweites und auch letztes Mal in die Fabrik. Doch zuvor werden wir uns beim Duke eindecken mit Munition und mit Geld. Wir können natürlich nicht sehr viel damit anfangen, weil wir nach wie vor auf unsere Lemmy begrenzt sind. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns mit zumindest einer Rohrbamme noch ausrüsten und ansonsten natürlich die Lemmy noch upgraden, so gut es geht. Rückblickend würde ich sagen, ist es auch besser noch ein bisschen mehr vielleicht auf die Feuerkraft zu upgraden oder die Feuerkraft zu upgraden, anstatt die Feuerrate direkt auf 3 zu ballern, aber es funktioniert auch so. Und ansonsten haben wir natürlich noch die Magnum, die Wolfsbane am Start. Die wird auch sehr, sehr wichtig sein im weiteren Spielverlauf, vor allem hier in diesem ersten Abschnitt. Und ich würde sagen, wir gehen rein, knöpfen uns den ersten Gegner vor. So, den wecken wir erstmal auf. Und der wird auch nicht nochmal aufwachen, das ist sehr schön. Den haben wir nämlich ins Jenseits geschickt, genauso wie auch den zweiten Gegner. Und jetzt kommen wir gleich schon zur ersten, etwas haarigeren Stelle. Sagt man das so, haarigeren Stelle? Etwas schwierigeren Stelle, sagen wir es mal so. Da sind nämlich zwei Bogenschützen. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass die euch nicht treffen. Denn wenn dem so ist, dann seid ihr direkt komplett rot und müsst euch heilen. Deswegen sage ich auch immer wieder, auf den Stufe 2 Leveln würde ich die Heildränke auch nicht verkaufen. Hebt die euch immer für einen Notfall auf. Die habe ich persönlich auch das ein oder andere Mal gebraucht. Und wenn ich sie nicht hatte, dann haben sie mir gefehlt. So, den Gepanzerten hier auch ganz wichtig. Am besten direkt mit der Bullsbane ausschalten. Denn sonst wird es gefährlich. Der hält nämlich einiges von den Lemmy Pistolenkugeln aus. So, hier einmal blocken an dem Kollegen vorbei. Die Fähigkeit, flinke Ratte mitnehmen. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Und jetzt können wir den auf dem Rückweg ausschalten. Im Endeffekt kann man ihn auch vorher töten. Das reicht von der Zeit her aus. Denn hier kommt schon der Zweite auf uns zugesprintet. Aber auf Nummer sicher und auch aus Gründen der Angewohnheit habe ich das halt so gemacht. So, bitte nicht aufs Fass schießen. Erst den Gegner hier töten. Ganz normal ausschalten und jetzt das Fass nutzen, um hier den Reaktorkerngegner schon ordentlich Schaden zu machen. Dann können wir den auch relativ easy finishen, indem wir da auf seinen Reaktorkern schießen. So, jetzt brauchen wir ein zweites Mal die Bullsbane. Einmal anschießen, mit der Pistole finishen und das ganze Spiel nochmal. Und dann sind auch die zwei gepanzerten Gegner hier kein Problem. Deswegen, sagte ich ja bereits, ist es extrem wichtig, dass wir die Bullsbane am Start haben. So, dann töten wir noch die kleineren Gegner hier. Beziehungsweise laufen erstmal dran vorbei, um uns den Zeitbonus zu holen von 30 Sekunden. Und dann können wir die beiden hier auch noch finishen am Ende. So, nehmen wir uns den Loot mit. Gehen einmal linke Hand noch zu dem Gegner hier, den wir auch ausschalten. Können uns da den Loot und jetzt spawnen. Da glaube ich nochmal Gegner, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, es hat mich doch getäuscht. Nicht weiter schlimm. Wir gehen wieder in Richtung Gießerei. Töten die Gegner, die auf uns zukommen. Das ist jetzt hier alles eigentlich ohne größere Probleme. Die sind zwar sehr flink und schnell und können, wenn es schlecht läuft, uns trotzdem auch das ein oder andere Mal hitten. Aber hat hier alles ganz gut funktioniert. Gegner Nummer 3 ist auch down. Da lag sogar gerade noch was zum Aufheben, habe ich gesehen. Gut, wir nehmen uns die nächste Fähigkeit. Und hier jetzt eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Leichen Entsorgen oder Pistolero und selbst magisches Magazin ist sehr stark. Ich habe mich in dem Fall für Pistolero entschieden. Sollte auch die richtige Entscheidung sein, wie wir gleich sehen werden. Pistolero macht uns mehr Schaden, was sehr, sehr hilfreich ist. Vor allem, da wir nur die Lemmy haben. So, hier einfach mit der Mine direkt dem Reaktorkerngegner direkt ordentlich Schaden reindrücken. Auf den zweiten Rohrbombe werfen und dann können wir die halt extrem einfach mit der Lemmy finishen. Das ist hier die Vorgehensweise. Das ist auch so einer der Schlüssel hier in dem Level, damit wir nicht unsere Kombo schon relativ früh verlieren. Also wie gesagt, Gegner Nummer 1 hier in dem Areal mit der Mine und den zweiten dann mit der Rohrbombe. Und dann könnt ihr die mit der Lemmy einfach finishen. Das sollte dann ohne Probleme funktionieren. So, und jetzt seht ihr schon, bekommen wir hier im Nachhinein doch noch unsere Leichenentsorgung. Von daher alles richtig gemacht. Haben wir natürlich auch gut Glück gehabt. Alles gehört natürlich mit dazu, wenn es um die Fähigkeiten geht. Deswegen kann es das eine oder andere Mal auch passieren, dass ihr einfach auch keinen guten Run hinbekommt, weil die Fähigkeiten einfach Müll sind. Ist mir auch passiert. Dann muss man einfach nochmal einen neuen Run starten und ein bisschen auf bessere Fähigkeiten hoffen. So, jetzt kommt gleich so eine Szene, wo ich auch nicht gerade perfekt gespielt habe, wie ihr seht. Und da werde ich direkt mies angehittet von der Vampir-Tochter. So, jetzt einmal aus Fass schießen, um da noch den Gegner zu töten und ihr direkt Schaden zu drücken. Und natürlich finn ich mir sie am Ende mit der Wolfsbane. Jetzt gehen wir in den kleinen Raum, töten. Nachdem wir die Fähigkeit magisches Magazin erhalten haben, töten wir den Gegner hier. So schnell wie möglich rüsten die Wolfsbane wieder aus. Denn jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir sind jetzt hier ein bisschen gefangen in dem Raum. Deswegen töten wir auch den Reaktor-Kerngegner mit der Wolfsbane. Die zweite und die dritte Vampir-Tochter direkt hinterher. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Stelle. Aber wie gesagt, wenn ihr da die Wolfsbane zuvor ausgerüstet habt, dann werdet ihr auch diese etwas haarige Stelle meistern. So, wir nehmen uns die nächsten zwei Gegner zur Brust. Die sind da weniger ein Problem. Und dann kommen wir so langsam in den letzten Raum, müsste das sein. Wo auch nochmal zwei gepanzerte Gegner auf uns warten. Zwei Elite-Gegner, sag ich mal. Da kommt schon der erste. Dem legen wir schöne Mine vor die Füße, lassen ihn reinlaufen und dann mit der Wolfsbane schön mittig auf den Reaktor-Kern, um ihn auszuschalten. Dann hier aufpassen, da kommen noch ein paar von den kleineren Gegnern. Nehmen uns den ganzen Loot mit. Und ich glaube, das war die Stelle, wo es jetzt gleich auch ein bisschen knapp wird mit der Zeit, beziehungsweise um die Kombo zu halten. Da kommt nämlich der Sturm, nennt er sich. Ich nenne ihn liebevoll eigentlich Propeller-Joe. Ja, der will uns auch nochmal das Leben schwer machen. Und jetzt müssen wir natürlich auch schauen, dass wir da nicht in seinen Propeller, in seinen Rotor reingeraten. So, da war nämlich auch die Stelle, wo es jetzt ein bisschen knapp wurde. Haben es aber gerade noch so geschafft, den 50. Gegner in Folge zu töten. Auch Nummer 51 ist kein Problem. So, wir bekommen jetzt hier nochmal die Hinrichtung. Und jetzt gilt es langsam auch, eine Etage nach oben zu wandern. Töten noch diesen Gegner, nehmen uns den Loot mit. Und sind jetzt auch in der finalen Schlussetage, kurz vorm Ziel. Müssen uns jetzt gleich natürlich nur noch mit dem Sturm hier beschäftigen, der hinter uns lauert. Und dementsprechend rüsten wir jetzt hier nochmal eine Mine aus. Blenden die Mine schön auf der Treppe. Da kann er nämlich nicht dran vorbei. Er wird auch diesen Weg zu 100% einschlagen. Töten diesen Gegner und auch den nächsten gleich noch. Okay, wir lassen ihn erst reinlaufen. Dann einmal mit der Magnum drauf. Wobei ich das nicht nochmal so machen würde. Ich glaube, das war nicht sehr gut. Ich glaube, auf die Füße schießen ist es auf jeden Fall besser, weil er da weniger gepanzert ist. So, wir lassen ihn auch in die zweite Mine reinlaufen. Hier, Obacht, hier kommen nochmal ein paar Gegner. Töten die mit dem Fass. Töten nochmal diesen Gegner. Und jetzt können wir ihn hier in die Wand reinlaufen lassen und töten ihn schlussendlich mit der Wulspain. Haben nicht alle Gegner getötet, aber 59 von 64 ist absolut ausreichend, um hier einen guten Punktestand zu bekommen. 739.000 und damit können wir arbeiten. So, wir nutzen jetzt eigentlich die gleiche Taktik wie auch schon zuvor im Schloss, was wir zuletzt auch abgeschlossen haben. Das heißt, wir kaufen uns jetzt den Granatwerfer und rüsten den mit so viel wie möglich Munition aus. Zuvor können wir aber noch, und das ist hier in dem Fall jetzt sehr, sehr praktisch, die Wulspain verkaufen für 10.000 Lay, denn die haben wir komplett leer geschossen. Die brauchen wir nicht mehr, da kriegen wir natürlich auch keine Munition mehr. Und dementsprechend haben wir da nochmal ein bisschen mehr Budget. Und das, wie gesagt, alles rein investieren in den Granatwerfer und in so viel Munition wie möglich. Das wird uns nämlich dann jetzt den zweiten und letzten Abschnitt um einiges erleichtern. Und dann sollten wir das auch ganz gut bewältigen. So, wir können natürlich die Lemmy auch noch upgraden, falls noch Geld übrig sein sollte. Das ist natürlich immer ratsam. Vor allem jetzt, da es der letzte Abschnitt ist, brauchen wir nicht irgendwie sparsam sein oder so. Das heißt, alles, was an Geld noch verfügbar ist, schön reinpumpen in Ausrüstung und in Upgrades. So, mit dem Granatwerfer im Anschlag geht es hier in den zweiten Abschnitt und wir feuern erstmal die erste Granate hier in die Gegnerhorde rein. Wir werden natürlich nichtsdestotrotz noch unsere Pistole weiterhin nutzen, das ist ganz klar. Trotzdem bleiben wir noch ein wenig sparsam, wenn es möglich ist. Hier sind aber doch sehr, sehr viele Gegner am Start. Deswegen lohnt es sich hier direkt mal die zweite Granate rein in die Gegnermassen. Und den Loot bitte nicht vergessen. Wir wollen die Bonuspunkte haben. Ansonsten können wir jetzt hier ganz entspannt mit der Lemmy weiter die Gegner ausschalten. Die explodieren natürlich jetzt auch immer schön dank der Leichenentsorgung. Sehr, sehr zu empfehlen, das gehört. So, jetzt kommen wieder unsere Freunde, die Drogenschützen. Drogenschützen, das heißt immer Links-Rechts-Kombination und am Ende mit einem Uppercut-Finishen. Verpasst. Ne, das ist leider nicht möglich, aber diese Links-Rechts-Kombination, die ist doch sehr empfehlenswert, wenn es hier um die Bogenschützen geht, um da von den Pfeilen nicht getroffen zu werden. Ihr seht, das funktioniert auch ganz gut. Trotz dessen, dass das so viele hier sind. Hier brauchen wir ein bisschen Geduld. Das dauert ein bisschen, um die alle auszuschalten. Aber für jeden getöteten Gegner bekommen wir ja wieder unseren Zeitbonus für die Kombo. Von daher, lasst euch da nicht stressen. Alles easy going. So, auch hier nochmal drei Bogenschützen. Die können wir aber theoretisch mit dem Granatwerfer ausschalten. Auch wenn das jetzt nicht ein wirklich glorreicher Versuch war. Und vor allem, was das sollte, das weiß ich bis heute nicht genau. Aber gut, Fehler passieren. Raum für Fehler ist Gott sei Dank ein wenig. Und wir können ganz normal nach der Heilung weitermachen. So, die Gegner eignen sich halt perfekt dazu, um den ersten Schuss vom Granatwerfer zu setzen und dann wieder mit der Lemmy zu finishen. Das ist da eigentlich, würde ich sagen, die beste Vorgehensweise. Denn hier sind einige von denen am Start. Zack, Schuss Nummer 1 mit der Granate, dem Granatwerfer und dann mit der Pistole die letzten tödlichen Kugeln verpassen. So, jetzt können wir hier auf die Lichtgeschwindigkeit noch upgraden. Das heißt, von der flinken Ratte das Upgrade auf die Lichtgeschwindigkeit. Dann bin wir nochmal deutlich schneller unterwegs. Sehr, sehr praktisch. So, da weiß ich auch nicht, was das für eine Vorgehensweise war. Da zweimal mit der Granate drauf. Dann war der trotzdem irgendwie noch nicht tot und dann nochmal schön den Hit gefressen. Aber, wie gesagt, Fehler passieren. Nicht weiter schlimm. Das heißt auch für euch. Ihr müsst natürlich jetzt nicht das allerbeste, das perfekte Gameplay abliefern. Wir können uns natürlich den einen oder anderen Fehler erlauben und trotzdem unser Ziel, den SP-Rang oder in meinem Fall war es ja der SSP-Rang zu erreichen. Also, hier war ich glaube ich ein bisschen lost, wo es weitergeht. Wir haben die Kombo auch schon verloren, wie ihr seht. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mal genau, was wir für eine Kombo am Start hatten. Aber das passt eigentlich ganz gut. Das ist ein gutes Beispiel dafür, um euch zu zeigen. Es muss halt wirklich nicht immer der perfekte Run sein. Denn auch so werden wir hier auf unsere Punkte kommen. Wir starten einfach eine neue Kombo, indem wir jetzt hier den ersten und auch den zweiten Gegner ausschalten. So, ihr seht, wie ich schon erwähnt habe, es sind sehr, sehr viele von diesen Reaktor-Kern-Gegnern hier am Start. Deswegen extrem wichtig, dass wir den Granatwerfer haben. So, das hat glaube ich hier sogar ganz gut geklappt mit dem Gegner. Der kann auch ziemlich nervig sein, wenn man den nicht so schnell wie möglich finisht. So, hier auch am besten direkt eine Granate drauf. Denn der wacht dann auf und macht uns sonst noch weiter Probleme mit der Pistole finishen. Es ist immer das Gleiche. Immer schön mit der Granate einmal drauf und dann mit der Pistole dem Gegner den Rest geben. So, jetzt müssen wir uns hier noch ein bisschen zurechtfinden. Wir laufen jetzt quasi den umgekehrten Weg wie im ersten Abschnitt. Aber da ich generell ein Mensch mit Orientierungsproblemen bin, fällt mir das trotzdem nicht allzu leicht, wie man vielleicht sieht. Aber wir werden uns da schon durchkämpfen. So, da kommt wieder einer von den kleineren Gegnern. Die sind eigentlich kein Problem. Einfach mit der Pistole schön draufhalten. Und dann ist das alles easy going. Wir nehmen uns nochmal eine Fähigkeit mit. Brauchen aber jetzt nicht unbedingt noch weitere Fähigkeiten. Wir sind sehr, sehr gut ausgestattet mit den Perks. Da kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. So. Der nächste Gegner ist down. Ihr seht, hier kommen jetzt einige, die uns das Leben schwer machen wollen. Aber wir sind einfach gut vorbereitet. Und dann ist das alles easy. So, Heildrang. Und jetzt hier auch nochmal schön mit der Granate rein, wo wir gerade seinen Rücken gesehen haben. Denn bei dem Reaktorkern-Gegner ist der Kern auf dem Rücken hinten. Da ist es dann immer ein bisschen tricky. Aber wir hauen unsere letzte oder vorletzte Granate da rauf auf den Gegner. Jetzt kommen wir auch schon so langsam ins Endstadium. Jetzt wird es aber gleich nochmal kritisch, weil wir die Munition ausgeht, wie ihr seht. Ja, wir nutzen jetzt hier das Fass, um die Bogenschützen zu töten. Die kommen uns leider zuvor mit ihrem, ja, mit ihrem Pfeilschuss. Aber es war sogar ganz gut, da wir jetzt durch das Fass auch noch den Reaktorkern-Gegner hier ordentlich Schaden machen konnten. So, und hier ist es jetzt wieder ein bisschen weird, wie ich es auch schon in der Stufe 1, also im ersten Fabrik-Level quasi erwähnt hatte. Da spawnen jetzt immer abwechselnd auf der rechten und linken Seite oder auf dem rechten und linken Raum, spawnen jetzt immer diese Reaktorkern-Gegner. So, ganz, ganz schwierige Phase hier, weil ich keine Munition mehr habe. Das heißt, ich bin jetzt hier schon auf dem Weg ins Ziel. Ich sehe jetzt hier nicht mehr viele Möglichkeiten, noch Gegner zu töten oder überhaupt noch irgendwas imstande zu tun. Ja, das heißt, es ist halt mit Abstand so, glaube ich, die schlechteste Runde, die ich hier gespielt habe in all den Videos, die ich bisher aufgeladen habe. Das lief wirklich im Endgame hier nicht sonderlich gut. Nichtsdestotrotz versuchen wir so viel wie möglich Gegner zu töten, auch wenn jetzt die Combo-Overall nicht wirklich gut war. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier im letzten Raum, töten noch die letzten entflammten Gegner, die erleuchteten Gegner könnte man sagen. So, und dann sind wir eigentlich auch schon langsam durch mit der Schose hier. Aber ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, dass es, ja, mal eine andere Art von Beispiel. Es geht auch so, man bekommt auch so genügend Punkte, um einen guten Rang zu bekommen. In dem Fall 970.000 Punkte und damit, ja, der SSP-Rang. Und trotz der vielen Fehler am Ende hat es gereicht, um hier den höchsten Rang zu erreichen. Ich hoffe, wie immer, ich konnte euch weiterhelfen. Würde mich über ein Like und Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal, Nineborn Ende.